Hey, da steht er! Zeitausgleich! Und Pia, du sagst zum Dienstplan! Na weiss! Warum da steht er eh? Ja, ein oder zwei Mal, und dann hat er Zeitausgleich! Na und? Den kann er schon mal statt mir machen! Der wird bald verdammt! Ja, der ist 70 oder nicht tot, oder? Was? Das wärs Tobi! Alter, nein, ich bin krank! Nächste Woche müsstest du sein! Das kann's ja nicht sein, Alter! Das gibt's ja nicht! Das ist ein Scheißdreck! Ja, aber ich hab gar nicht... Ich kann's die Woche wieder zu Sport gehen! Ja! Alter! Scheißverbrauch! Du kannst dich umdrehen und nicht mehr so Scheißdreck... Das ist schon deiner, den kannst du schon einbocken! Das ist schon ein Kost! Das ist schon ein Kost! Das ist schon ein Kost!